Ach ja. Willkommen zurück. Ach ja, mir tut das immer noch so leid mit Morgan. Sie gehört tatsächlich mit zu meinen Lieblingscharakteren, die neu eingeführt wurden. Ich hätte mir mehr von Morgan gewünscht. Okay, schauen wir uns mal um. Was gibt's hier so? Vollautomatischer Schädelöffnungshelm. Hm. Au! Was hat du... mein Sohn! Das war dumm. Das muss während des Kampfes zwischen Morgan und der Cinch kaputt gegangen sein. Ich hoffe nur, die Maus entkam. Was haben wir da? Lepidoptera Flotsamus Accelerus. Wie viele ihrer weitaus häufiger vorkommenden Artgenossen hat die Flotsam Island Motte mit ihren scharfen Zähnen eine Vorliebe für das Vernaschen von Kleidung. Allerdings unterscheidet sich die Flotsamus Accelerus durch ihre sehr schmerzhaften Bisse, wodurch sie als durchaus lästig gilt und ebenso ihren fast schon zügellosen Appetit. Ein Schwarm Flotsam-Motten kann einen Menschen in wenigen Sekunden bis zu den Unterhosen abnagen. Was natürlich daraus setzt, dass die extrem wählerischen Motten die Garderobe des Betroffenen auch schmackhaft finden. Mhm. Was ist da? Sieht so aus, als würde de Cinch meine Hand benutzen, um etwas herzustellen, das sich Jude Wien nennt. Mhm. Das wekelianische Windsteuerungsgerät? Was macht der Widerling denn jetzt noch damit? Okay, das sieht nicht gut aus. Oh, sogar das Skelett hat sich umgedreht. Hat de Cinch auch dich ermordet? Hm. Ich geh mal hier in das... Äh... Aret, Are... Was auch immer. Es ist abgeschlossen. Hm. Kann ich das mit meinem Haken aufmachen? Ja, kann ich. Hey, Kid, nein. Ihr bewahrt der Marquis die abgetrennten Gliedmaßen der Piraten auf, die er operiert hat. Hm. Hey, man weiß ja nie, wann sich ein Sack mit abgetrennten Beinen noch als nützlich erweisen könnte. Vielleicht beim Herumlaufen? Tut mir leid. Das ist schon ein bisschen... Äh... Äh... Ein bisschen pervers und morbide. Wer nimmt einen Sack mit abgetrennten Beinen mit? Naja, Adventure-Logik. Hallo, Vicka. Ja, du bist eine gute Katze. Nicht speichern? Ach nee, wird schon gespeichert. Hey, Vicka, nein, nicht an den Monitor. Okay. Und da klingelt das Telefon. Okay. Okay, okay. Da bin ich wieder. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Vielleicht hat irgendjemand irgendwas gesehen. Hallo, Doppelholz. Wie geht's, Miss Trashy Whiskers? Trashy Whiskers? Äh, tja. Hör mir genau zu, du Hurel-Schlatzer. Sie heißt Miss Pretty Whiskers. Okay, okay. Hast du meine Frau gesehen? Ei, raste hier durch wie eine Katze, die direkt aus der Hölle kam und abging sie in Richtung Dschungel. Was genau machst du eigentlich? Ich versuche immer noch herauszufinden, warum Miss Pretty Whiskers sich nicht mehr bewegen will. Wahrscheinlich bekommt sie nicht genug Eisen mit ihrer Nahrung. Bis später. Okay. Sonst irgendwo was Neues? Nee, hier ist nix. Äh, ja. Habe ich da drin irgendwas übersehen? Was zum... Was ist mit Morgans Körper geschehen? Hm. Doch nicht tot? Erfrischend. Hm. Hat der was gesehen? Sagen Sie, unbefangener Bürger. Was willst du? Rüheh, heh, heh. Warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Findest du dieses Verfahren genauso skandalös wie ich? Ich freue mich nur, dass dieser kriecherle Chuck und die kriecherische Voodoo-Lady endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Meine Güte, man kriecht ein bisschen und jeder will deinen Kopf. Hast du meine Frau gesehen? Hat sie rote Haare, grüne Augen und ein Muttermal in der Form eines Cocker-Spaniels auf dem linken Oberschenkel? Ja. Oh, hab sie nicht gesehen. Hahahaha. Später. Muttermal in Form eines Cocker-Spaniels. Interessant, interessant. Was man so alles herausfindet über Elaine. Hast du was gesehen? Wer geht? Oh, sie sind's. Nö, den kann ich nix Neues fragen. Mit Stan. Äh. Ich rede mal nochmal mit Lechak. Nee. Warte nur, Kumpel. Wenn ich erstmal Elaine gerettet habe, kommst du dran. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Was mit ihr? Hey, du! Schon wieder! Hallo? Threeproot. Nö. Bei Stan wahrscheinlich auch nicht. Stan! Guybrush, alter Kumpel! Hast du meine Frau gesehen? Ob ich sie gesehen habe? Diese verrückte Seeteufelin wollte eine meiner patentierten, perfekt passablen Porzellan-Power-Piraten-Schatzkarten, bevor sie in den Dschungel abgehauen ist. Wenn wir Glück haben, wird sie wochenlang im Kreis gehen. Okay, also ist Elaine im Dschungel. Gut, dann speichere ich mal und dann gehe ich in den Dschungel. Ich speichere jetzt mal ein bisschen häufiger, weil ich mich erinnere, dass die vierte Episode von Tales of Monkey Island ein bisschen verbuggt war und dazu neigte, abzustürzen. Okay. Wir gehen mal in den Dschungel. Und da ist das Spiel abgestürzt. Als hätte ich es, äh, geahnt. Okay, gucken wir doch mal, ob es jetzt geht oder ob es wieder abstürzt. Raus in den Dschungel! Dschungleingang, los! Okay, jetzt geht's. Achtzehn, neunzehn, zwanzig und X zeigt... Wenn ich diesen Lumpen in die Finger kriege, reiße ich ihm seine winkenden Armer aus und schlage ihn damit zu Brei. Was schaust du denn an? Das Geheimnis für ewiges Leben. Was hat der da? Das Skelett? Pistalibres Tagebuch. Ich geh mal nach links. Da ist der Brunnen. Wobei, warte mal, wir haben doch ne Karte bekommen. Die schau ich ihm mal an. Die hat keinen richtigen Startpunkt. Ich glaub, die muss man irgendwie falten. Ein fetziger Stoff, grell und bunt gescheckt. Sobald in dieser Reihenfolge vollendet, wird ein kleines Biest zu voller Größe heranwachsen. Mhm. Ersetzungen werden begrüßt. Das ist merkwürdig. Fest der Sinne. Ein Voodoo-Festessen mit sechs Gängen. Das garantiert selbst das kleinste Biest gewaltig über sich hinaus wachsen lässt. Erster Gang. Eine Serviette binden, die die Blicke weckt. Winziger Stoff, grell und bunt... Ein fetziger Stoff, grell und bunt gescheckt. Zweiter Gang. Als Vorspeise wird Dschungelfleisch gereicht. Das riecht wie Füße, die nie eingeseift. Dritter Gang. Vor dem Hauptgang reinige den Gaumen. Der Geschmack muss einen umhauen. Vierter Gang. Der Hauptgang wird nicht ohne Aufregung gehen. Nutze die Karte, um den sechsten Sinn zu sehen. Fünfter Gang. Frisch geschwollen. Ein Nachtisch ganz fein. Eine Berührung. So scharf wie eine Pein. Sechster Gang. Das Mal beendet ein befreiender Schrei. Und ein lauter Rülpser sei auch dabei. Das sieht jetzt wie eine völlig neue Karte aus. Aber ist das die richtige Karte? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gefaltet habe. Weil es immer noch keinen richtigen Startpunkt ist. Oder doch? Es muss Flut sein. Ich kann fast das Brunnenwasser unten erreichen. Hm. Okay. Ich gehe mal einfach weiter nach Norden. Okay. Hier war das. Was hat er hier vor? Was ist das denn? Das ist komisch. Die ganze Götterstatue ist unter einer von Crimp Digits unzerbrechlichen Glasflaschen. Das alte Windsteuerungsgerät der Veckelianer wurde wohl wieder auf Saugen eingestellt. Aber was sollen die Röhren an seinen Fingern? Jemand hat sich am Windsteuerungsgerät der Veckelianer zu schaffen gemacht. Und mit jemand meine ich den Marquis de Cinch. Und mit der Marquis de Cinch meine ich die Beule an meinem Hintern. Okay. Rohre. Hm. Okay. Ich gehe mal zum... Hier hin. Äh. Gruselige Hütte. Aber da ist ja gerade niemand. Die Voodoo-Lady ist ja im Gefängnis. Aber vielleicht finde ich da ja irgendwas Interessantes. Jetzt kann ich ja eigentlich... Was im Namen von Bluebeer's Haarfarbe... Hey, kein Wildern. Das gehört mir. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Sollte hier nicht irgendwo eine gruselige Voodoo-Hütte sein? War sie auch. Bis sie die Pocken verbreitete Voodoo-Lady verhaftet haben. Was ist passiert? Erst kamen die Flammen. Der arme Senior Nipperkin loderte wie Elmsfeuer. Dann erschien sie aus dem Feuer. Mit jedem ihrer majestätischen Schritte murmerte sie uralte Flüche. Ich werde nie den unheilvollen Blick vergessen, den sie mir zuwarf, als sie weggeführt wurde. Ein Blick, der mich zu leiden, Schande und Reue verdammt hat. Gruselig. Und als Wild das noch nicht genug wäre. Ich habe nicht mal ein cooles Voodoo-Ding in den Trümmern gefunden. Mann. Ein Mob kann so unfair sein. Okay. Was ist hier übrig? Sogar abgebrannt ist die Hütte der Voodoo-Lady immer noch gruselig. Sogar abgebrannt ist die Hütte der Voodoo-Lady immer noch gruselig. Da sind Motten, oder? Hm. Die Glut der Hütte scheint einen Schwarm Dschungel-Motten angelockt zu haben. Das erklärt wahrscheinlich, was mit dem Teppich der Voodoo-Lady geschehen ist. Kann ich die irgendwie mitnehmen, wenn ich die anlocke mit der Lampe? Okay, jetzt habe ich Motten. Ah. Ich weiß, was ich mit den Motten mache. Ich brauche ja einen hübschen, äh, eine hübsche Serviette für den Schwamm. Und das hübscheste Stück Stoff hat ja immer noch der gute Stan. Also gehe ich mal mit den Motten zu Stan und gucke, ob die Motten eventuell Lust haben, an Stans Jacke zu knabbern. Benutze Motten mit Stan. Also meine Kleinen, schaut euch mal diese hochauflösenden Klamotten an. Das ist ja wieder mal ganz klasse. Die Birne ist tot. Wenigstens hält Stans Schild die Motten von einer Rückkehr in den Dschungel ab. Hm. Und wie kriege ich die jetzt dazu? Gerade als ich dachte, dass meine Meinung über den Advokatenstand nicht noch tiefer sinken kann, taucht Stan auf. Hm, wie kriege ich die jetzt dazu, Stan anzuknabbern? Stan. Guybrush, alter Kumpel. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Kann ich mir nochmal den Krimskrams von der Voodoo-Lady und LeChuck ansehen? Die fallen einem ins Auge, was? Die LeChuck-Puppe leuchtet doch so stark. Was ist das da? Das ist unsere LeChuck und das verfluchte Schwert von K-Flu-Puppe. Wenn du den Knopf drückst, siehst du den besonderen, transformierenden Glanz. Was ist los? Das ist etwas hell. Ja, wir arbeiten noch dran. Hey, was haben wir denn da? Einen Fanclub verrückter Insekten? Auç, hey, lass das. Verrückte Knabberviecher. Das Au tut weh. Mein Au, lieber Ah, Herr O, Gesangsverein. Au, 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 au. Hey, das war vielleicht ein Erlebnis, heim, Freakwood? Zum Glück hat der alte Stan immer ein paar Reservejacken im Büro. Sonst müsste ich meine Mandanten hüllenlos verteidigen. Genau genommen wäre das doch ein Hit. Stan S. Stanman, nackter Rechtsanwalt des Vertrauens. Sie haben nichts zu verbergen. Und er auch nicht. Ähm... Genug geplaudert, Freeboot. Ich muss jetzt Visitenkarten drucken. Okay, jetzt haben wir eine... Eine hübsche Serviette für den Schwamm. Benutze Serviette mit Schwamm. Als ich davon träumte, ein mächtiger Pirat zu werden, hatte ich mir nie vorgestellt, dass ich eines Tages Servietten, die ins Auge springen, um den nicht existierenden Hals eines mystischen Schwamms binden würde. Okay. Wir haben noch einen Sack mit abgetrennten Beinen. Es ist ein Sack mit abgeschnittenen Beinen. Hurra. Ja. Hier, Stan, willst du die Herren? Okay, was kann ich mit dem Sack mit Beinen machen? Ich brauche Dschungelfleisch noch. Und, äh... Okay, wie war das mit den Gängen? Serviette. Das zweite ist Dschungelfleisch. Dritter Gang ist ein Umhauen. Die Karte im sechsten Sinn zu sehen. Fünfter Gang. Frisch geschwollen. Eine Berührung so scharf wie... Eine Berührung so scharf wie Pein. Da habe ich schon eine Idee, was das sein könnte. Und zwar im Club 41. Da gibt es doch diese scharfe Chili unter der Glasglocke. Fugujolokia scheint harmlos zu sein. Hey, WP! Erzählen Sie mir etwas über die Fugujolokia-Herausforderung. Ah! Sind wir etwa ein Connoisseur exotischer kulinarischer Freuden? Ähm, ja? Dann haben Sie gewiss schon von der Fugujolokia gehört. Der schärfsten Peperoni der Welt. Oder der kommenden. Ach, die Fugujolokia. Ich konnte vor vielen Jahren ein Exemplar dieser Art, dieser Fugu-Peperoni, von einem dreibeinigen Piraten namens Ord erstehen. Ich gewann sie, weil ich meine Zunge für ganze zehn Sekunden an die Peperoni halten konnte. Wie, ausgefallen. Seit diesem Zungenvernichtertag habe ich geschworen, diese Peperoni dem ersten Piraten weiterzureichen, der es schafft, seine Zunge für elf Sekunden an die Fugujolokia zu halten. Okay, probieren wir es aus. Ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen, oder? Okay, Paprika. Jetzt zeige ich dir, wer dein Meister ist. Ah! Ah! Okay, Memo an mich selbst. Die Fugujolokia anfassen ist auch heiß. Hm. Da ist immer noch Wachs. Heißes, weiches Wachs. Kann ich irgendwie meine Zunge mit dem Wachs wie bei den Simpsons überziehen? Hm. Wie komme ich an die Fugujolokia? Fugujolokia! 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 Ja, sag das mal ganz oft hintereinander. Und da klingelt schon wieder das Telefon. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen, diese Folge jetzt zu beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Passt auf euch auf. Und bis, ja, bis bald.